In diesem Erklärvideo zeigen wir euch, wie man mit Hilfe von Kupferklebeband, einer Leuchtdiode und einer Knopfzellenbatterie flexibel einen einfachen Stromkreis konstruieren kann. Kupferklebeband kommt ursprünglich aus dem Glasereihandwerk. Es wird in der Tiffany Technik verwendet, um bunte Glasstücke oder Glasbruchstücke durch Weichlot miteinander zu verbinden. Damit das Weichlot, eine Metalllegierung aus unter anderem Zinn und Blei, an den Glasstücken hält, beklebt man zuerst die Glasränder mit dem Kupferklebeband. Es hat also eine stark klebende Seite unten und eine leitende dünne Kupferfolienschicht oben. Da das Kupferklebeband flexibel gekürzt werden kann, entweder mit Schere, Cutter oder notfalls durchreißen, eignet es sich sehr gut für einfache Unterrichtsprojekte zum Thema Stromkreise, aber auch für komplexere reale Coding- und Making-Artefakte. Es klebt auf nahezu allen Materialien und lässt sich sogar um runde Gegenstände wickeln. Achtet beim Kauf darauf, dass es erstens unterschiedliche Breiten gibt und zweitens Kupferklebebänder mit leitendem und nicht leitendem Kleber angeboten werden. In diesem Video verwenden wir welches mit nicht leitender Klebeseite und zeigen euch einen Maker Hack, um dennoch eine leitende Verbindung damit herstellen zu können. Wir kürzen das Kupferklebeband und kleben es nun so auf Pappe, dass noch Platz für eine Batterie und eine Leuchtdiode bleibt. Für einfache Stromkreise mit Kupferklebeband eignen sich Knopfzellen sehr gut. Es sind dünne, runde und relativ günstige Batterien. Es gibt verschiedenste Bauformen mit unterschiedlichen Zellspannungen. Den Namen Knopfzellen haben die Batterien deshalb erhalten, weil ihre Form an einen Knopf erinnert. Wir empfehlen für Coding- und Making-Projekte Knopfzellen vom Typ CR2025 oder CR2032 zu benutzen. Man findet sie oft in Fernbedienungen. Sie haben eine Höhe von 2,5 bzw. 3,2 mm und eine Spannung von 3 Volt. Der Pluspol der Knopfzelle ist der äußere Mantel aus Edelstahl, auf dem auch die Typenbezeichnungen und ein Plus eingeprägt sind. Wenn man möchte, kann man die Knopfzelle mit einem Knopfzellenhalter in den Stromkreis einbauen. Der Vorteil ist, dass beide Pole der Batterie auf einer Seite, nämlich unten, hinausgeführt sind und sich so das Kupferklebeband leichter befestigen lässt. Der Nachteil ist definitiv der Preis für den Halter. Dieser liegt je nach Quelle bis zu 2 Euro das Stück. Wir möchten mit der Batterie gleich eine Leuchtdiode zum Leuchten bringen. Da es sich um einen Massenartikel handelt, ist der Preis für einzelne Leuchtdioden üblicherweise hoch und es lohnt sich eher die Anschaffung von größeren Stückzahlen. Das hat auch den Vorteil, dass es nicht so schmerzt, wenn mal ein Beinchen abbricht. Ihr findet sie in Webshops auch unter der Bezeichnung LED, was auf Deutsch für lichtemittierende Diode steht. Es gibt Leuchtdioden mit unterschiedlichem Durchmesser von wenigen Millimetern bis zu einem Zentimeter. Und es gibt Leuchtdioden mit unterschiedlicher Betriebsspannung. Wir empfehlen günstig erhältliche LEDs mit 3 Volt Betriebsspannung, da sie problemlos mit den vorhin genannten 3 Volt Knopfzellen zusammenarbeiten. Es gibt sie in verschiedenen Farben, im Video haben wir uns für Rot entschieden. Schauen wir uns die Leuchtdiode einmal genauer an, so sehen wir, dass eines der Beinchen länger ist. Dieser Pluspol wird später mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Durch Dioden kann Strom übrigens nur in eine Richtung fließen. Das bedeutet, wenn wir die Anschlüsse vertauschen, dass die Leuchtdiode nicht leuchtet. Man kann die Beinchen flexibel verbiegen, jedoch sollte man nicht zu nahe am Gehäuse biegen, da sonst die Beinchen leicht abbrechen können. Da das von uns verwendete Kupferklebeband nur auf der Oberseite Strom leitet, wickeln wir im Video die Beinchen der Leuchtdiode an den Enden des Klebebands etwas ein und drücken alles z.B. mit dem Fingernagel fest. Wenn alles korrekt verbunden ist, sollte die Leuchtdiode eigentlich leuchten, was sie aber offensichtlich noch nicht tut. Grund hierfür ist, dass die nicht leitende Klebeschicht des oberen Kupferklebebandes beide Kupferfolien voneinander isoliert. Wir nehmen deshalb einen Zahnstocher oder Schaschlikspieß und rubbeln die obere Kupferfolienschicht mit Druck durch die Klebeschicht hindurch, bis sie auf die untere Kupferfolienschicht trifft und leitend mit dieser verbunden ist. Wenn alle überlappenden Kupferklebebänder leiten miteinander verbunden sind, leuchtet schließlich auch die Leuchtdiode. Im Video haben wir die Knopfzelle mit Halter nun in den Stromkreis eingebaut.